Ja, liebe Frau Katharina, Professor Dr. Katharina Wagner, ich bin heute in Meiningen und stehe gerade vor der Büste Ihres Urgroßvaters, Herrn Richard Wagner. Ja, und was hier in Bayreuth mit mir gemacht wird, das ist nicht mehr koscher. Und das kann auch nicht sein, dass ich ein Hausverbot ausgesprochen bekam, obwohl ich überhaupt nicht da war. Und Sie sollten sich wirklich mal Gedanken machen darüber, von wem Sie abstammen und von wem ich abstamme. Und insofern möchte ich Sie bitten, dass Sie einfach die Realität entscheiden lassen. Denn ich kann nichts von meiner Abstammung genauso wenig, wie Sie das können, Frau Katharina Wagner. Vielen Dank.